Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute einen richtigen Okko-Lüten für euch. Und zwar geht es um den Verbund Let's Fetz von Röderfeuerwerk. Das Ding hat 146 Schuss und fast 2 Kilogramm NEM. Und der Verbund ist relativ abwechslungsreich, schießt manchmal gerade hoch und manchmal gefächert. Und der Preis liegt online bei Röderfeuerwerk bei 120 Euro. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß jetzt bei der Zündung. So, die Let's Fetz. Was los? Los! Was los? 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 Das war's für heute. Boah, Junge, das macht Krach, geiles Teil, richtig gut, richtig gut, lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.